Moin, willkommen in Hamburg, an der U-Bahn Oldenfelde. Diese Station wurde nachträglich zwischen den Bahnhöfen Farmsen und Berne in die Linie U1 eingefügt. Sie wurde mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 eröffnet. Die Entfernung zwischen Farmsen und Berne beträgt rund 2,5 Kilometer. Für die Menschen, die zwischen beiden Bahnhöfen wohnen, hat sich die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr deutlich verbessert, denn die Zugangswege zur U-Bahn sind kürzer geworden. Schauen wir einmal, was sich seitdem hier verändert hat. Anfang 2020 sahen manche Bereiche im Umfeld der Station noch etwas provisorisch aus, wie diese Fläche auf der östlichen Seite der Station. Der Tunnel unter den Gleisen und der Zugang zum Bahnsteig sind hell und großzügig ausgebaut. Die Fläche auf dem Bahnsteig sind hell und großzügig aus. Die Fläche auf dem Bahnsteig sind hell und großzügig aus. Hier fährt ein Zug in Richtung Farmsen und zur Innenstadt ab. There ist ein Zug auf dem Bahnsteig. Auf der Fläche östlich der Haltestelle wurden damals noch Reste des Baumaterials und verschiedene Arbeitsgeräte gelagert. Wir sehen einen Zug der Stadt auswärts in Richtung Volksdorf fährt. Untertitelung des ZDF, 2020 So sieht die Haltestelle von Nordosten aus – mit einem Zug aus Richtung Volksdorf zur Innenstadt und nach Norderstedt-Mitte. So sieht die Haltestelle aus. So sieht die Haltestelle aus. Hier noch einmal ein einfahrender Zug am südlichen Ende. Die nächste Aufnahme entstand ca. 300 Meter weiter in Richtung Farmsen, an einem Nebenarm der Berner Au. Im Jahr 2022 sind auch die Grünanlagen im Umfeld der Haltestelle wieder vollständig hergestellt. Es gibt umfangreiche Fahrradabstellanlagen. Der Tunnel unter den Gleisen wird nicht nur von den U-Bahn-Fahrgästen genutzt. Auch viele Anwohner und Anwohnerinnen gehen hier durch. Es gab vorher hier keine Möglichkeit, auf die andere Seite der Gleise zu gelangen. Außer den Fahrradständern im Freien gibt es Fahrradschuppen aus Metall. Die Grünanlage östlich der Bahn ist nun auch vollständig hergerichtet und mit Sportmöglichkeiten ausgestattet. die Jahre der Bühne befestigt hat. Der Kran-Fahrrad nach Berlin Östlich der Bahn liegt ein großes Einfamilienhaus-Wohngebiet. Von dort aus ist die Haltestelle am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Wusstet Ihr, dass es an dieser Stelle schon einmal einen Bahnhof gegeben hat? Neben mir seht Ihr die Reste der ehemaligen Laderampe des Güterbahnhofs Ulgenfelde, der früheren Kleinbahn von Altralstedt nach Wohldorf. Dies ist das nördliche Ende der Rampe. Güterwagen konnten hier über die Stirnseite be- und entladen werden. Unter anderem wurden landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Umgebung verladen. Die Gegend war hier früher wesentlich ländlicher geprägt als heute. Der Güterbetrieb wurde 1934 eingestellt. Hier gab es auch ein Gleis, um Güterwagen von der Seite be- und entladen zu können. Die Kanten der Laderampe haben die Zeit von den 1930er Jahren bis jetzt recht gut überstanden. Damit sag ich für heute Tschüß – und bis zum nächsten Mal!